10 Jahre Joke TV. Viel Spaß mit dem nächsten Witz von Ben Demar mit dem Titel Die Putzfrauen. Mein Name ist Ben Demar von Green Berlin. Heute bei 10 Jahre Joke TV und ich zähle einen Kölner Witz. Treffen sich eine, sind eine türkische und eine kölsche Putzfrau, sind im Hochhaus, sind am Putzen. Sagt die türkische Putzfrau, ich mach Diät. Sagt die Kölscher, mach ich die Fenster. Vielen Dank.